Herzlich willkommen bei TheLongDark. Ja, sieht nicht so aus, aber es entspricht dem Thema schon. Ja, ein kleines Tutorial, wie man Mods installiert. Und zwar werde ich einfach mal das euch zeigen, wie ich das gemacht habe, um die Mods, die ich ja heute in dem Interloper-Video ein bisschen erzählt habe, installiert habe. Ja, das ist im Prinzip gar nicht so extrem schwierig. Man muss sich ein bisschen mit dem Rechner auskennen und ich zeige das jetzt auch für PC. Das geht auch für Mac und Linux. Ja, für die Konsolen leider nicht. Ja, das Ganze fängt an. Also die ganzen Links, die hier verwendet werden, die findet ihr dann entsprechend natürlich auch in der Beschreibung. Das ist ja allbekannt oder altbekannt. Und im Prinzip fangen wir an mit dem sogenannten Modloader-Installer. Und zwar ermöglicht er generell erstmal, dass das Spiel TheLongDark Ressourcen von extern mit einbezieht bei der ganzen Berechnungsgeschichte, die das Spiel dann während des Spielens halt durchführt. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Den Link findet ihr Modloader-Installer und je nachdem Linux, Mac, Windows, habt ihr dann einfach die entsprechende ZIP oder für Linux natürlich eine GZ-Datei. Die ladet ihr herunter. Also einfach Links-Klick und dann halt speichern. So, das führte gerade mal aus. So, das haben wir jetzt durchgeführt. Das liegt dann, bei mir sind es einfach die Downloads klassisch. Könnt ihr einfach im Explorer Downloads, dann seid ihr genau hier, wenn ihr es woanders hin gespeichert habt, dann halt entsprechend im Explorer das aufrufen. Das ist eine ZIP-Datei, das heißt, die müsst ihr natürlich doppelklicken und dann habt ihr ein Verzeichnis. Das ziehe ich jetzt einfach mal in die Downloads. So, das sind packter. Da liegt es und ja, jetzt habt ihr im Ordner verschiedene Dateien, die mehr oder weniger interessant oder nicht interessant sind. Und im Prinzip für uns interessant ist die Anwendung. So, einfach starten mit Doppelklick. Dann öffnet sich dieses Fenster. Da steht dann einfach, diese ist mit 1.48, also 1.48.1 getestet, kann aber auch mit neueren Versionen funktionieren. Und in der Punkt 4.9 beziehungsweise Punkt 5.0, das sind ja im Prinzip Patches gewesen, funktioniert das auch. Das heißt, ihr müsst jetzt den Ort finden, wo euer Long Dark liegt. Also meistens ist es ja auf C. Ich habe es bei mir auf die Festplatte D gelegt. So, da ist es. Steam. Steam Apps kommen. Und dann The Long Dark. Und da liegt sie. Einfach ein Doppelklick drauf. Und dann liegt das da drin. Dann sucht ihr auch automatisch eine Bibliothek. Und bei mir steht jetzt Valid Patched. Also die Datei ist gültig, zu deutsch. Die TLD. Das überprüft ja auch diese Version. Ob die Version stimmt, das würde dann halt, dann stände halt vielleicht Invalid da, wenn die Version nicht stimmen würde. Und bei mir steht jetzt Patched, weil ich habe das schon durchgeführt. Bei euch steht dann, wenn ihr es noch nicht durchgeführt habt, Unpatched. Und der Button heißt dann bei euch Patch und nicht Unpatch. Und dann klickt er dann drauf und dann müsste dann im Prinzip Valid und Patched dastehen. Damit ist sozusagen diese Haupt-, die Zentraldatei für das Spiel gepatcht, dass sie, ja, entsprechend externe Ressourcen berücksichtigt. Und das ist dann, damit hat das Tool seine Schuldigkeit schon getan. Das heißt, ihr könnt das im Prinzip direkt löschen. So, dann geht es weiter. Das war jetzt erstmal nur der erste Schritt. Und dann gibt es von Wolf Marius den Mod-Installer. Ihr könnt das, also der hat halt eine Liste, eine betreute Liste sozusagen von Mods, die in dieser Version halt entsprechend gültig sind. Es gibt auch die Liste, findet ihr auch in der Beschreibung, eine Mod-Liste von dem, der halt dieses erste Tool, was wir jetzt gerade hatten, den Mod-Loader-Installer geschrieben hat. Der hat auch selber eine Liste, aber er schreibt halt, die ist immer nicht mehr aktuell, die ist immer outdated. Und deswegen sollte man lieber den Mod-Installer machen. Hier findet man halt sämtliche Mods, die es gibt. Es gibt aber tatsächlich nicht mehr alle. Also das ist, wie er geschrieben hat, die ist always outdated. Die ist immer nicht aktuell. Ja, wie es halt ist. Ich meine, ihr seht ja inzwischen, das ist wirklich eine ganze Menge an Mods. Ich würde mal grob schätzen, vielleicht 30, vielleicht 40, sowas in der Drehe. Ähm, das ist nicht die Revisions. Revision ist was anderes. Ähm, also das heißt, die natürlich zu überwachen, das ist natürlich eine Lebensaufgabe. Fast schon, ja. Also es geht einfacher mit dem Mod-Installer und wie vorhin auch, einfach links klick, dann speichern, behalten. Weil er wegen einer Punkt-Ja, das ist halt eine Java-Datei und deswegen beschwert er sich, ob du den Download wirklich machen willst. Wir machen behalten, abbrechen wir den Download, abbrechen wir behalten die Datei. Und die taucht dann im Downloads-Verzeichnis auf. So, jetzt machen wir einfach mal ein zweites, ähm, Explorer-Fenster auf. Weil wir müssen die jetzt verschieben, die Datei. So. Das heißt, ähm, wir müssen jetzt wieder den Ort suchen, wo wir The Long Dark installiert haben. Das heißt, wieder in den Steam-Apps kommen. The Long Dark. Und da liegt sie. Jetzt ist sie bei mir schon drin, also ich könnte sie jetzt einfach einfach rüberziehen, kopieren. So, jetzt übersetze, überschreibe ich die Datei, dass sie dieselbe ist, ändert sich nichts. Die muss halt da rein, weil die jetzt, wenn ich jetzt die hier starten würde, dann beschwert er sich. Mod-Installer appears to be in the wrong directory. Also er ist im falschen Verzeichnis. Ähm, deswegen, er muss in das Verzeichnis, wo auch diese TLD-Datei ist. Letzten Endes, ähm, wollen wir einfach diese Datei jetzt ausführen. Die öffnet sich klassischerweise bei mir auf dem falschen Bildschirm. Ähm, und hier sind jetzt im Prinzip die Mods, die installiert werden können. Das sind sogar noch mehr, das sind 73, steht hier, kompatibel. Äh, installiert habe ich sechs aktuell. Und hier könnt ihr dann einfach irgendeins auswählen, installieren und dann ist das Ding drauf. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, zum Beispiel die, ähm, die Ferngläser, die Binoculars, Install. Und das war's. Das ist alles. Mehr habt ihr da nicht zu tun. Ich deinstalliere das, weil ich werde das nicht verwenden. Ähm, das ist im Prinzip der ganze Hokus-Pokus. Wenn ihr das einfach schneller haben wollt, wie ihr da drankommt, weil das immer ein bisschen schwierig zu erreichen, einfach, ähm, könnt ihr im Prinzip eine Verknüpfung erstellen. Dann ist hier eine Verknüpfung da. Die könnt ihr mit STRG X einfach auf den, also, ausschneiden und dann, ähm, wechselt ihr auf euren Desktop zum Beispiel. Und habt dann hier diese Verknüpfung und könnt die dann halt direkt vom Desktop zum Beispiel ausführen. Natürlich, wie bekannt, auf dem falschen Bildschirm. Ja, bei mir ist es halt auf dem anderen Bildschirm. Könnt ihr dann im Prinzip so eine Verknüpfung machen. Dann habt ihr, dann kommt ihr da schneller drauf oder ihr macht eine Verknüpfung zum Verzeichnis. Das geht natürlich auch. Also ihr könntet auch sagen, ähm, ihr sagt halt hier, von dem The Long Dark könnt ihr auch eine Verknüpfung erstellen und die auf dem Desktop ziehen. Dann kommt ihr direkt ins Verzeichnis. Also die Möglichkeiten gibt es ja, äh, relativ einfach. Ähm, ich glaube, ich lasse mir das, ups, ich lasse mir das tatsächlich mal hier bei meinem The Long Dark herumliegen. Ja, die Verknüpfung, die liegt jetzt halt noch hier, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, so kommt ihr dann relativ schnell drauf. Und, ähm, ja, das ist also nicht, kein großer Hokus-Pokus. Man muss halt nur gucken, dass man halt entsprechend die Dateien halt verschiebt. Und das ist alles. Ähm, ich werde jetzt mal durch ein paar Mods noch durchgehen. Aber für all diejenigen, die jetzt einfach selber gucken wollen, die können jetzt hier gerne auch schon Schluss machen. Ansonsten, ich gehe jetzt mal mit euch mal durch die Mods durch, um mal zu gucken, was zum aktuellen Stand, ähm, möglich ist, sozusagen. Ambient Lights. Ambient Lights ist eine Mod, äh, mit dem die, die Innengebäude, die einzelnen, die, die eigene Sektion sind. Zum Beispiel das Bauernhaus oder das, das Lagerbüro oder Jeremias Hütte oder der Damm und was weiß ich. Diese ganzen, die eigene, die kriegen, ähm, die werden sozusagen heller. Also ich denke, was er gemacht hat, ist einfach, dass er die Beleuchtung, Beleuchtungen, die dort platziert wurden, von hinterland einfach heller gemacht hat. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Ähm, klingt auf jeden Fall interessant, das zu machen, weil manche Gebäude sind ja relativ dunkel. Enkel Support. Enkel Support bezieht sich auf Schuhe und Stiefel, ähm, und die sollen halt, die bieten noch einen zusätzlichen Schutz gegen Verstauchungsrisiko. Das heißt, ähm, wenn ihr halt diese, äh, fetten Skistiefel anhabt, dann habt ihr wahrscheinlich einen relativ guten Schutz vor, äh, Verstauchungen. Und wenn ihr halt nur mit Turnschuhen rumrennt, halt eben entsprechend nicht. Oder gar barfuß, aber da gibt es eh noch andere Probleme. Dann gibt es Archery Target Practice. Im idyllischen Tal gibt es ja bei der Scheune so eine Zielscheibe. Da kann man jetzt bis Level 1 und Level 2 mit dieser Mod, ähm, also nur auf, nur Level 1 und 2 gilt das halt. Das heißt, ihr könnt auf Level 3 letzten Endes auch aufleveln mit diesem, mit diesem, mit dieser Zielscheibe. Ähm, ja, wer das, wer da Bock drauf hat, der kann das gerne machen, ähm, ist sicherlich interessant, ähm, weil letzten Endes, äh, es ist ja auch, äh, Target Practice. Es ist ja eigentlich auch schon irgendwo, vor allem die Pfeile leiten ja auch, also von daher. Der Asset Loader ist im Prinzip nur eine Bibliothek um externe, ähm, ähm, ja, Assets sind ja alle Objekte, die halt in so einem Spiel drin sind. Also ob das jetzt ein Topf ist oder ob das jetzt ein Stück Fleisch ist oder ob das jetzt ein Wolf ist. Das nennt man halt Assets und mit diesem kann man die halt reinladen. Da könnt ihr euch im Prinzip, das könnt ihr, äh, ignorieren. Ähm, hier seht ihr auch ein Schloss, das ist gesperrt, weil das wird von, äh, von mindestens einer Mod, die ich installiert habe, verwendet. Und der installiert das automatisch. Also wenn das benötigt wird, also die ganzen benötigten Dinge installiert dieser Modload, dieser Modinstaller halt automatisch. Das macht das halt sehr angenehm. Badges Unlocker. Ähm, soweit ich das weiß, ich hab das jetzt nirgendwo gefunden, explizit. Aber soweit ich das weiß, gibt das einfach nur die Prozentzahl an, wie weit man mit diesen Abzeichen vorangeschritten ist. Ich glaube, sie haben sie entfernt. Ich bin mir nicht 100% sicher, was diese Mod exakt macht. Da finde ich irgendwie im Web jetzt spontan nix. Ähm, aber ich glaube nicht, dass du da die Badges komplett freischaltest. Das wäre, ja gut, kann man machen. Ich würde es euch nicht empfehlen, weil das Spiel dann zu einfach, also aus meiner Sicht zumindest, zu einfach wird. Better Fuel Management. Damit werden, ähm, diese Behälter, die Treibstoff enthalten, also, ähm, zum Beispiel die Kanister oder diese kleinen Öllämpchen, äh, Ölfläschchen. Die verschwinden nicht mehr, sondern die, ähm, die bleiben dann halt leer. Ja, und wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel fischt und neues Öl, ähm, bekommt, dann könnt ihr die damit auffüllen. Und, ähm, das heißt dann im Prinzip, dass man damit halt ein bisschen mehr halt gucken muss und, äh, dass man halt genügend Behälter hat, um halt Öl aufzufangen. Ansonsten ist es halt weg. Better Night Sky. Okay, das, äh, ersetzt den Nachthimmel und zwar den Mond und die Sterne. Ist eine deutlich detailliertere Darstellung des Nachthimmels, äh, sowohl was den Mond und die Sterne betrifft. Ich hab das mal installiert. Das hat jetzt keinen Effekt, ähm, für das Spiel. Das ist einfach nur visuell, dass man halt eine etwas hübschere Nacht hat, wenn man mal die Sterne und oder den Mond sieht. Und, ähm, also die kann man eigentlich problemlos mitnehmen, weil es halt, es ist nur visuell. Better Placing. Ja, ist einfach eine Mod, womit man halt Objekte besser platzieren kann. Also ich glaub, man kann sie rotieren und, ähm, es ermöglicht wohl auch einige, äh, Möbel zu verrutschen. Also wahrscheinlich Stühle und Tische und solche Geschichten. Das ist sicherlich ganz interessant für die Leute, die gerne ein bisschen, äh, die Häuser umdekorieren wollen. Better Stacking. Ja, damit kann man halt die, ähm, das hatte ich im Interlop auch erwähnt, damit kann man halt die Objekte stapeln. Also alles kann man stapeln. Das heißt, Dosen, was weiß ich, die, die Magnesiumfackeln. Im Prinzip könnt ihr alles stapeln aufeinander, ähm, weil aktuell ist es ja so, ihr könnt alle, alle Objekte immer nur auf einer Ebene platzieren. Und dann habt ihr halt so einen Teppich von Dingen. Aber ihr könnt sie nicht wirklich aufeinander stapeln, das könnt ihr damit. Ihr müsst aber vorsichtig sein mit dieser Mod. Ähm, das muss man wissen. Wenn die Mod ungültig wird und ihr startet das Spiel, ähm, zum Beispiel, weil es aktualisiert wurde und die Mod noch nicht gepatcht wurde, ähm, das Spiel wurde aktualisiert, die Mod wurde noch nicht gepatcht oder weil ihr die Mod deinstalliert habt. Ähm, dann sind die, alle Dinge, die sozusagen drauf gestapelt sind, ähm, die sind weg, die natürlich, die als unterste Ebene sind, die sind noch da, aber alle, die drüber sind, weil das Spiel, das selber diese Position nicht anerkennt, äh, sind verloren. Da müsst ihr halt echt aufpassen damit. Ähm, da müsst ihr dann zur Not warten, wenn es mal wieder ein Update gibt und es dann die Mod vielleicht nicht funktioniert, ähm, müsst ihr halt entsprechend warten, bis die Mod halt dann auch aktualisiert wurde. Oder das muss man dann halt ein bisschen im Kopf behalten. Better Water Management. Im Prinzip dasselbe wie bei Better Fuel Management. Das heißt, ähm, ihr habt auch Wasser, äh, Container. Das sind halt die Flaschen. Die verschwinden nicht und, ähm, ihr müsst die halt mittransportieren, ähm, und könnt die dann halt befüllen oder entleeren und, äh, das ist halt, ähm, ja, das muss man einfach da, das ist dann sozusagen noch eine kleinere Herausforderung, dass man halt da entsprechend noch Flaschen mitführen muss. Better XP Mending. Ja, das betrifft im Prinzip das Flicken. Das ist der Flicken-Skill. Und zwar, ähm, ihr seht ja schon Level 1, 2, 3, 4, 5, ähm, besagt einfach nur, dass ihr einen bestimmten Level braucht, um halt bestimmte, äh, Kleidungsstücke halt zu verarbeiten. Das heißt, ähm, mit Level 1 könnt ihr alle Kaninchenfell, äh, Dinge herstellen. Das heißt, die Fäustlinge und die Mütze. Ab Level 2 könnt ihr dann auch die Hirschfelle verarbeiten. Das heißt, die Hosen und die Stiefel und ab Level 3 dann halt den Elchmantel unter den Beutel. Ab Level 4 die Wolfsjacke und ab Level 5 erst dann könnt ihr dann das Bärenfell verarbeiten. Also das ist, äh, sicherlich eine gute Challenge, ähm, um sich das mal so richtig schwer zu machen. Binoculars. Die Ferngläser. Ist im Prinzip ganz einfach, ist ein Ferngläser. Das heißt, im, ihr führt im Prinzip noch ein Item mehr mit, die Ferngläser, und damit könnt ihr dann auch in die Ferne gucken. Breakdown Cans. Ja, damit könnt ihr Dosen zerlegen zu, äh, Altmetall, zu diesem Metallschrott. Also wenn ihr da zu viele Dosen habt, dann wollt ihr nicht aufheben. Cash Control. Das lässt euch entscheiden, wie viele, äh, von diesen Bunkern oder diese, ähm, verlassenen Vorräte es, äh, überhaupt gibt. Das, äh, klingt auch sehr interessant. Hatte ich ja auch schon mal drüber spekuliert, dass es diesen, ähm, benutzerdefinierten Settings, dass du halt, äh, einstellen kannst, wie viele von diesen verlassenen Vorräte gibt's. Und damit könnt ihr es halt. Change FPS Limit. Das lässt euch die Anzeige von den Frames in dem Spiel halt ändern. Also das Spiel ist wohl auf 120 Frames, äh, begrenzt. Ähm, damit könnt ihr es halt freischalten, wenn ihr halt, ähm, ähm, ja, Monitore habt, die halt sowas unterstützen. Clothing Pack. Ja, das ist ein Spiel, was, ähm, im Prinzip die, äh, Entwicklerkonsole mit benötigt. Damit könnt ihr halt zusätzliche Kleidungsstücke halt, ähm, erzeugen, automatisch, also per Befehl, wenn ihr jetzt welche haben wollt. Und, ähm, es gibt da auch eine Skibrille, die da mitgeliefert wird, die halt dann, wenn es besonders hell ist, halt, vielleicht ein bisschen hilfreich ist, dass es nicht mehr ganz zu krass hell ist, dass ihr da einen etwas höheren Kontrast bekommt. Consum Torch on Fire Start. Diese Mod, äh, verbraucht eine Fackel, wenn ihr das, ein Feuer entzündet, komplett. Also die ist dann weg, egal welchen Zustand sie hatte. Ähm, hat aber als Umkehrschluss eine 5% höhere, äh, Chance, dass ihr das Feuer entfacht. Coordinate Scrabber. Ist, wie der Name schon sagt, damit könnt ihr im Prinzip, ähm, Koordinaten von Dingen, ähm, äh, ziehen. Das ist halt für, für die Leute, die halt selber auch Mod, äh, Komponenten einfügen wollen und die, die an bestimmten Plätzen spawnen lassen wollen. Die können dann halt die Koordinaten halt herausfinden, damit sich das mit anderen Dingen nicht überlappt. Das ist nur so, so ein Entwickler-Dingenskirchen, mehr ist da eigentlich nicht dazu zu sagen. Deerskin Code. Ist im Prinzip eine, ja, ein Mantel aus Hirschfällen, ähm, könnt ihr damit erzeugen. Und, äh, zusätzlich noch einen Wolf-Fell-Hut. Oder eine Wolf-Fell-Mütze, nicht ein Wolf-Fell-Hut. Ja, und so sieht das Ganze aus. Also das ist, ähm, die Wolf-Fell-Mütze. So sieht sie halt aus, wenn ihr sie aufnehmt. So sieht sie aus, wenn sie liegt. Wenn ihr sie angezogen habt. Und, äh, hier ist halt dieser Hirschfell-Mantel. Ha, ha, detection range. Damit könnt ihr die Reichweite, ab der euch die Tiere wittern, äh, verändern. Und zwar gibt es dann in den Konfigurationen, ich zeige euch das später nochmal, ähm, wie es aktuell bei mir aussieht. Das würde dann entsprechend auch im Spiel, ähm, in den Einstellungen auftauchen. Und zwar im Hauptmenü, nicht im Spiel selber, wenn ihr das gestartet habt. Sondern das ist im Hauptmenü. Developer-Konsole. Ja, das ist eine Entwickler-Konsole. Ich hatte es ja vorher schon gesagt, mit diesem Coordinates-Grabber, ähm, das benötigt ja auch diese Entwickler-Konsole. Da gibt es halt, ähm, Haufen Kommandos, die ihr da ausführen könnt. Und das ist im Prinzip das, womit wahrscheinlich auch Hinterland selber arbeitet, um halt dort, ähm, Dinge zu testen. Und, äh, ja, einfach zu gucken, wie funktioniert das, passt das überhaupt und so weiter. Disable Breath Effect. Ja, wie es so schön der Name sagt, dieser annoying, dieser nervende 2D-Atemwolke, die, äh, vor allem immer umherwabert, die wird abgeschaltet. Das ist für mich eine der wichtigsten Mods überhaupt, weil, ähm, sie ist totaler Schrott. Leider schon, äh, hat Hinterland nicht gut umgesetzt und dann machen wir es lieber weg. Dann machen wir es uns das Spiel einfach schön. Disable Cabin Fever. Ja, damit könnt ihr das Lagerkoller-Risiko deaktivieren. Komplett. Also, es, äh, funktioniert einfach nicht, ist einfach nicht mehr da. Disable Camera Sway. Ja, und zwar gibt es, ähm, wenn ihr die Maus loslasst, dann bewegt sich ja die Kamera oder das, was ihr seht, so ein bisschen hin und her, weil sie simulieren, dass der Benutzer sich ein bisschen bewegt, ähm, dass er halt nicht stillsteht wie eine Kerze. Damit kann man das ausschalten. Wen das halt stört, der kann das damit deaktivieren. Disable Chromatic Aberration. Das entfernt die, ähm, ja, diese nervigen, äh, Farbverschiebungen an den Rändern, die man von Linsen kennt und nicht von dem, von dem menschlichen Auge. Also, ihr seht, garantiert nicht in den, in den Ecken eures wahrnehmbaren Bereiches, den ihr seht, äh, irgendwelche Farbverschiebungen. Ich weiß nicht, warum ich es eingeführt habe. Es ist total sinnfrei. Es hat halt den Effekt, man würde eine Kamera spielen und, ähm, Gott sei Dank kann man es deaktivieren. So hat er jetzt mal einfach ein Bild genommen, wie es normal aussieht. Ihr seht hier unten zum Beispiel so einen rötlichen Rand. Und er nimmt das halt jetzt mal zum Beispiel an diesem Baum, wie es halt mit und ohne ist. Und, ähm, so kennt man das halt, wenn es vergrößert ist, so sieht das halt aus. Das ist halt die typische chromatische Apparation. Ähm, kurz gesagt, ähm, rotes und blaues Licht haben halt unterschiedliche Wellenlängen. Und die werden halt von der, von der Linse unterschiedlich stark gebrochen. Also der Winkel ändert sich unterschiedlich stark. Und damit, äh, sind rot und blau voneinander getrennt. Das kennt ihr wahrscheinlich so von diesem, dieser sogenannte Prisma-Effekt ist das. Den kennt man daher. Und er tritt halt immer an, an Kanten auf, die halt einen sehr hohen Kontrast haben. Und so sieht das dann ohne aus. Was ja eigentlich auch realistisch ist. Also von daher kann ich nur empfehlen. Durable Wetstone. Das erhöht die Haltbarkeit von diesen Schleifsteinen einfach nur. Diesen Wetzstein. Enable Feed Progress in Custom Mode. Gut. Ja, hier geht's um die Abzeichen. Und zwar, ähm, diese Mod schaltet sie wieder an sozusagen. Dass man halt im benutzerdefinierten Modus halt weiter seine Abzeichen trimmen kann. Ähm, in der Version 1, 2, 9 wurde das deaktiviert. Das ist wahrscheinlich auch die Version gewesen. Nehme ich mal an, wo die benutzerdefinierten, wo der benutzerdefinierte Modus kam. Dass du halt im benutzerdefinierten Modus diese Abzeichen nicht trimmen kannst. Sei es wie es sei. Damit könnt ihr auch im benutzerdefinierten Modus, ähm, die Abzeichen weiter trimmen. Wenn ihr da noch nicht überall sie geschafft habt. So wie ich halt mit meinem Feuerskill. Ja, hier werden Prozentwerte wieder eingeführt bei Wärme, Hunger, Durst, ne, was Fatigue ist? Erschöpfung, Hunger und Durst. Und bei der, bei der, beim generellen Lebensbalken sozusagen, ähm, die sind ja ohne Prozentwerte. Das ist ja jetzt so ein Pi mal Daumenwert. Da sind jetzt die Prozentwerte wieder mit dann dabei, wie man sie ja klassischerweise kennt. Und, ähm, Faster Action Redux. Diese Mod, äh, beschleunigt diese ganzen Aktionen, die ihr durchführt. Also zum Beispiel, ähm, Harvesting. Also hier steht zum Beispiel Fleisch von Bären. Also, weiß ich, halt, Angeln, Basteln, Trinken, Essen. Also sämtliche Aktionen, die ja mit so einem Kreisel dann durchgeführt werden, die werden beschleunigt. Man steht halt da, man soll halt sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Weil man halt auch sozusagen direkt sterben kann. Weil natürlich, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt, äh, Fleisch von den Bären, wenn du jetzt sagst, äh, komm, 40 Kilo, nehmen wir gleich im Eimschwung raus. Die 20 Stunden passiert bestimmt nichts. Äh, wenn da ein Blizzard kommt, dann bist du einfach, äh, knipps weg. Das geht halt ratzfatz. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass, ähm, dass man da halt sich sozusagen nicht übernimmt. Faster Searching. Ja, das macht das Durchsuchen von noch nicht durchsuchten Behältern schneller. Und zwar die leeren Behälter, die sind sozusagen, die sieht man sofort. Und, äh, nicht leere, die werden natürlich, äh, die sind dann beschleunigt sozusagen. Das heißt, ihr habt dann sofort das Ergebnis, da ist nichts drin. Oder wenn ihr sucht, dann wisst ihr, geil, da gibt's was. Fire Pack. Diese Mod ermöglicht eine, äh, dass ihr eine sogenannte, eine Ember Box machen könnt. Also so eine, ja, ihr kennt das vielleicht, wenn so Holzkohle glüht, ähm, die, wenn ihr die, wenn ihr den Sauerstoff sozusagen auf ein Minimum reduziert, also auf ein ganz, auf, also sozusagen fast komplett abschließt, dann kann das, dann brennt das ganz, ganz, ganz langsam. Das ist so eine sogenannte Ember Box, also wahrscheinlich so eine, so eine Schachtel, schätze ich mal, wo ihr halt dann diese, diese glimmende Asche halt mitnehmt. Die könnt ihr da bauen und dann könnt ihr halt das zum schnelleren Starten von Feuern wiederverwenden. Klingt nicht uninteressant, weil das ist eigentlich so ein typisches Survival-Ding, dass du halt so ein, so ein Ember halt, so ein, so ein glimmendes Stückchen Kohle oder kann auch verkohlter Stoff sein oder irgendwas, was halt langsam brennen kann, dass ihr das dann halt mitschleppt und dass ihr halt viel, viel schneller Feuer starten könnt, weil ihr habt schon was, was brennt. Foodpack, wie es der Name schon sagt, es erzeugt neue Essens- und Trinkengegenstände. Das sieht dann nicht sehr stylisch aus, aber ich sag mal so, witzig schon. Man kann sie auch direkt im Inventar halt, ähm, erzeugen, mit diesen Befehlen. Ja, ansonsten muss man sie halt suchen. Free Look in Cars. Mit diesem Mod könnt ihr in den Autos 360 Grad rundherum schauen, ja. Frostbite, not permanent. Ja, wer kennt das nicht? Diese Erfrierungen, die man hat, die ja, ähm, instant 10% von dem, vom Lebensbalken kosten und permanent sind, die verlassen euch nie wieder. Diesen Verlust müsst ihr mit euch herumtragen. Mit dieser Mod könnt ihr das deaktivieren, ihr kriegt aber stattdessen einen 20%-Hit sofort. Gear Decay Modifier. Ja, hier, diese Mod ändert ganz einfach den Verfall von den Dingen. Also da habt ihr dann auch in dem Hauptmenü, in den Mod-Einstellungen, die Möglichkeit, das anzupassen. Ähm, je nachdem, ob ihr es jetzt stärker haben wollt, was ich mir kaum vorstellen kann. Oder halt schwächer, zum Beispiel, wenn ihr 0,5 einstellt bei den Dingen, dann ist die Verfallsrate 50%. Wenn ihr sie auf 0 setzt, ist sie halt komplett auf 0. Also das heißt, wenn ihr 0,1 einstellt, dann heißt das nicht, dass ihr ein Zehntel der Zeit habt, sondern dass ihr die Zehnfache Zeit habt. Das heißt, je kleiner ihr die Zahl wählt, umso größer wird dann die Dauer, wie es zerfällt. Und wenn ihr es größer wählt als 1, ähm, dann geht's halt noch schneller. Home Improvement. Diese Mod, die hatte ich tatsächlich auch mal installiert, war nicht ganz stabil. Das kann halt mit anderen Dingen zusammenhängen, wo ich mir jetzt nicht 100% sicher bin, was da jetzt los war. Aber damit könnt ihr halt den ganzen Schrott, den sie halt immer irgendwann mal mit dem Story-Modus eingeführt haben, die könnt ihr dann halt entsprechend beseitigen. Ihr könnt sogar Reparaturen ausführen. Das heißt, wenn euch zum Beispiel eine Schublade fehlt, die könnt ihr halt wieder einbauen und solche Geschichten. Hunger revamped. Eine Mod, die extrem interessant klingt, und zwar verändert sie das Hungersystem dramatisch. Und zwar teilt sie die ganze Sache auf zwischen einem Hunger und einem Vorrat sozusagen, also den man zum Beispiel in Körperfett akkumulieren kann. Der ist zwar begrenzt auch auf 20.000 Kalorien, also auf eine knappe Woche von Kalorien, die man halt verbraucht. Aber es gibt, es führt halt zusätzlich noch Komponenten ein, wie halt Mangel ernährt und halt Hungernd. Also Mangel ernährt heißt einfach, dass du halt anfängst zu hungern, dass dein Vorrat, den du dir aufgebaut hast, sinkt. Und Hungernd heißt halt im Prinzip, dass du halt einen körperlichen Schaden nimmst. Je stärker der Hunger wird, umso stärker wird der körperliche Schaden bis zu einem Level, wo du halt dann dran sterben kannst, weil du es einfach durch Schlaf nicht mehr ausgleichen kannst, sozusagen. Würde ich jetzt im Interloper tatsächlich nicht unbedingt spielen wollen. Das wäre eine echt extreme Herausforderung, aber ständig ein- und auszuschalten ist auch blöd für Interloper und für den Schleichermodus. Für den Schleichermodus wäre es tatsächlich irgendwo interessant. Letzten Endes geht es bei dieser Mod darum, kannst du dir 20.000 Kalorien anfuttern, wenn du jetzt zum Beispiel viel geangelt hast. Und dann kannst du dir halt anfuttern und diesen Vorrat, den du hast, der kann dir halt mehrere Tage reichen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst jetzt mal verreisen oder so. Und anstatt das halt mit dir herumzuschleppen und dann zu müffeln wie ein alter Ochs, dann hast du es lieber gegessen. Das klingt extrem interessant. Es ist extrem umfangreich, diese Mod. Also die Seite ist extrem lang, wo die ganzen Sachen aufgeführt werden. Instrument Pack. Ja, mit dieser Mod könnt ihr im Prinzip Instrumente einführen und die zu spielen und man kann wohl mit MP3-Dateien dann Songs einführen. Witzig. Da könnt ihr im Prinzip, statt zu warten, könnt ihr halt Lieder spielen. Interloper Region Selection. Ja, ihr kennt das ja, wenn ihr im Interloper startet, im Nativen, nicht im Benutzerdefinierten, könnt ihr damit die Region auswählen, wo ihr starten möchtet. Kerosene Lamp Tweaks. Damit könnt ihr diese Laterne, die ja mit Öl betrieben wird, anpassen. Und zwar wird unterschieden zwischen gehaltenen und stehenden Laternen. Und da kann man halt den Verbrauch des Öls einstellen. Relativ, ja, nicht ganz digital, aber ihr habt halt im Prinzip, so wie das Spiel es vorgibt, kein Verbrauch oder doppelter Verbrauch. Und zwar für, könnt ihr das unterschiedlich einstellen, dann auch wieder im Hauptmenü in den Mod-Einstellungen. Less Calories Needed. Mit dieser Mod, ganz einfach, wie der Name sagt, verbraucht ihr halb so viele Kalorien wie bisher. Less Effective Repairs. Mit dieser Mod könnt ihr die Reparatur der Kleidungsstücke auf die Hälfte reduzieren. Jetzt denkt man natürlich, was ist denn das für eine Idioten-Mod? Weil letztendlich sagt man sich, toll, da muss ich ja alles doppelt so oft reparieren. Der einzige Vorteil, den ich halt mit dieser Mod sehe, ist, dass ihr halt doppelt so oft reparieren müsst. Und damit euren Reparaturskill, also euren Flickenskill, halt schneller steigern könnt. Das ist eigentlich der einzige Effekt, den man halt damit erreichen kann. Lonely Orca. Ein einzelner Orca-Wahl im Ort der Trostlosigkeit. Ja, den könnt ihr dort entdecken. Den gibt es aber nicht gratis. Also der taucht nicht dauernd auf. Ja, und es gibt ein Video, das das im Prinzip zeigt, wie er auftauchen kann. Ja, sehr interessant. Muss ich wirklich sagen, haben sie wahrscheinlich den Ausatme-Effekt dann einfach mal nochmal für das Wasserplanschen genommen. Der eignet sich da ja auch hervorragend dafür. Aber lustig, ja. Damit es sich dann mal lohnt, mal hinzugehen. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Map Maker Tools. Eine Mod, die speziell für Bradbury-Ban anscheinend entwickelt wurde. Und zwar geht es da eigentlich nur darum, für Leute, die halt gerne mit dem Terrain arbeiten, ist wahrscheinlich jetzt nicht so relevant fürs Spielen. Map Tweaks. Damit kann man den Radius auf der Karte sozusagen, der beim Kartieren angezeigt wird, ja, ändern in den Einstellungen, in den Mod-Einstellungen. Und man kann das auch sogar Auto-Mapping einstellen, dass man sozusagen gar keine Holzkohle braucht, sondern das halt automatisch, wo du bist, da wird halt kartiert. Dann siehst du auf der Karte, wo du halt überall herumgewirtschaftet bist. Das macht das Kartieren natürlich sehr viel einfacher. Ich denke, das macht wahrscheinlich schon Sinn, weil sich da immer extrem lang hinzustellen und da rumzuscribbeln auf der Karte ist eigentlich gar nicht so verkehrt, finde ich zumindest. Mod Component. Ja, diese Mod integriert neue Items in das Spiel. Also das ist halt wie so eine Bibliothek, wo du halt Dinge einstellen kannst. Wir hatten das mit den Ferngläsern gehabt, wir hatten das mit dem Wolfshut. Diese Mod ist dafür zuständig, dass halt so neue Items ins Spiel hineinkommen. Mod Settings. Ja, diese Mod ermöglicht anderen Mods, dass es halt überhaupt einstellbar ist im Hauptmilieu. Also diese Mod-Einstellungen, die ich euch am Ende des Videos nochmal zeigen werde, die gehen im Prinzip auf diese Mod zurück. Maus-Mod. Ja. Das deaktiviert diese Mausbeschleunigung. Es gibt immer so eine Mausbeschleunigung. Wenn du die Maus länger bewegst, dann wird sie immer schneller. Anscheinend verändert es auch die Weichheit der Maus. Das ist also nicht so zack, 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 geht, sondern ein bisschen weicher. An Audio Unity. Ist einfach nur eine Mod, die halt im Prinzip Audio sozusagen für das Spiel ermöglicht. Da muss man jetzt nicht viel dazu sagen. Instrument Pack, da wird sie verwendet. Wenn es benötigt wird, wird sie automatisch installiert. Pre-Select Struggle Weapon. Ja, hier könnt ihr im Voraus sozusagen entscheiden, welche Waffe ihr beim Wolfskampf verwenden wollt, dass ihr da nicht diesen Screen habt, wo dann erstmal gucken, welches wollte ich eigentlich, sondern dass ihr da zack, das habt ihr direkt zur Hand. Quicker Mapping. Ja, diese Mod reduziert die Zeit, die ihr braucht, um die Karte zu erstellen oder den Punkt, an dem ihr seid, diesen Ausschnitt zu erstellen von 15 auf eine In-Game Minute. Ich würde mal sagen, das ist ein No-Brainer. Das kann man eigentlich nur empfehlen, weil eine Viertelstunde da rumzuskribbeln auf der Karte, also und dann vor allem so einen Schrott noch drauf zu zeichnen, das ist also nicht mal sorgfältig und ordentlich zu machen. Also da muss jemand mal gehörig auf die Finger gehauen werden. Quicker Wood Cutting. Ja, das reduziert die Zeit, die ihr braucht, um Zweige und Äste zu zerlegen. Das könnt ihr dann auch im Hauptmenü in den Mod-Einstellungen entsprechend anpassen, dass du da aus so einem Riesenast drei Stückchen Holz rauskriegst und dann dafür eine Dreiviertelstunde brauchst. Also da musst du schon wirklich sehr, sehr tölpelhaft unterwegs sein. Read When Hungry. Diese Mod ermöglicht euch das Buch lernen, auch wenn ihr hungrig seid oder wenn ihr irgendwelche Krankheiten habt oder wenn ihr durstig seid oder wenn euch kalt ist oder wenn euch das Lebensbalken unter 10% ist oder wenn ihr komplett erschöpft seid. Du kannst für jede Einzelne das in den Mod-Einstellungen im Hauptmenü einstellen. Relentless Night. Diese Mod ist ein kompletter, wie es so schön heißt, ein Overhaul. Das ist eine komplette Überarbeitung. Es ist im Prinzip ein komplett eigenes System. Und zwar geht es darum, dass die Nächte immer länger werden, dass die Erde sozusagen, die Rotation der Erde langsamer wird und dass sozusagen die Tag- und Nächte werden immer länger und länger, bis es dann irgendwann halt in einem kompletten Nacht endet. Die Temperaturen entsprechend natürlich sich anpassen. Das heißt, in der Nacht wird es dann halt richtig kalt. Ganz andere Wetterpatterns und auch die Tierpopulation ändert sich und so weiter. Also es ist ein komplett eigenes Spiel und das ist eigentlich, das sollte man also wie so eine Art Herausforderung sehen. Remember Breakdown Item. Das hatten wir schon und das ist auch ganz sinnvoll. Alles, wenn ihr, jedes Mal, wenn ihr was zerlegt, ob das jetzt ein Tier ist oder ob das jetzt Möbelstücke sind oder ein Ast, zwei, völlig egal. Also merkt sich dann pro Typ dann das entsprechende Werkzeug. Shorter Reading Intervals. Ja, das geht auf das Lernen der Bücher mit den Erfahrungen halt zurück. Und das habe ich ja auch installiert. Also ihr seht hier, uninstall steht hier auch. Habe ich installiert. Damit könnt ihr halt einstellen, wie kurz die Zeit sein soll, die ihr halt entsprechend, wie ihr halt die Bücher halt lernt. Und da kann man es halt auf eine halbe oder eine Viertelstunde runterbrechen. Und man kann sogar einstellen, dass er sich den Zustand merkt, wo man stehen geblieben ist. Show Map Location. Ja, damit wird einfach nur euer Ort auf der Karte angezeigt. Silent Aurora. Ja, das macht die Aurora leise. Das heißt, das macht die Aurora still, wie sie ja auch in echt ist. Skip Intro Redux. Eine einfache Mod, die nur den Disclaimer und das Intro entfernt. Und das ist halt auch für den Redux zuständig. Also wenn ihr das Spiel startet, dass ihr halt dann direkt ins Hauptmenü einsteigt. Solstis. Ist im Prinzip eine Mod, die einfach euch die Tages- und Nachtlänge verändern lässt. Und entweder könnt ihr halt in einer Wintersonnenwende enden oder in einer Sommersonnenwende. Ihr landet dann entweder in totaler Dunkelheit oder in der totalen Helligkeit. Sword Fire Startups. Ja, hier wird einfach die Feuermechanik ein bisschen überarbeitet. Und zwar ist es nicht einfach nur strikt nach Alphabet. So sortiert, dass ihr immer die Variante habt, die die höchste Wahrscheinlichkeit euch bietet. Sprint Costs. Food. Mit dieser Mod könnt ihr einstellen, wie viel Essen ihr beim Sprinten verbraucht. Mit dieser Mod könnt ihr euch im Prinzip einstellen, wie viel von dem gespeicherten Essen, nenne ich es mal, verbraucht wird. Und Starving Hurts. Ja, hungern kostet Leben. Das kennen wir ja schon, wenn ihr gar kein Essen mehr habt. Hier könnt ihr einstellen, wie viel euch hungern sozusagen kostet. Das könnt ihr auch in den Mod-Einstellungen dann im Hauptmenü einstellen. Struggle Tweaks. Ja, hiermit könnt ihr im Prinzip, das betrifft den Wolf-Kampf, hiermit könnt ihr im Prinzip einstellen, wie hoch die Chance ist, um den Wolf direkt zu töten. Oder wie die Ausblutezeit von dem Wolf ist. Und man kann auch, du kannst diese Klickstärke, also wie viel ihr mit einem Klick sozusagen an Energie rüberbringt in den Wolf ändern, um die Maustaste entsprechend zu schonen. Auch in den Mod-Einstellungen im Hauptmenü direkt einstellbar. Time Accelerator. Ja, diese Mod beschleunigt wohl alles. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich die Mod wirklich empfehlen kann. Also man reist wohl schneller. Man kann Dinge, alle Dinge schneller machen. Man kann das auch in diesem Mod-Menü in den Haupteinstellungen einstellen. Aber wenn ich mir überlege, ich kann schneller reisen. Wie ist denn das dann? Renne ich dann? Also ist das dann das normale Laufen, dann Rennen? Und wenn ich renne, bin ich noch schneller. Also so Speedy Gonzales mäßig. Wenn das so ist, würde ich euch von der Mod abraten, wenn ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt, weil ihr dann schneller auch natürlich in feindliche Tiere rennen könnt. Tinder Matters. Ja, anscheinend gibt es verschiedene Zünder. Äh, Zünder, nicht Zünder, sondern verschiedene Zünder, die die Chance des Feuersentfachens noch beeinflussen. Das kann man auch einstellen. Also steht Customizable. Das heißt, es gibt wahrscheinlich wieder eine Mod-Einstellung im Hauptmenü, wo ihr das einstellen könnt. TLD Bug Fixes. Ja, diese Mod behebt einige Bugs und Exploit ist halt so ein Ausnutzen von Spielmechaniken von The Long Dark. Die Liste ist relativ lang. Ich gehe die jetzt mit euch nicht durch. Ich werde aber die, ähm, die Seite sozusagen in die Beschreibung mit reinpacken. Ausnahmsweise, ich mache das von den ganzen Mods eigentlich jetzt nicht, aber von der auf jeden Fall. Ihr seht ja auch, ein paar sind durchgestrichen, die wurden schon gefixt, aber es sind etliche, ähm, Sachen nicht gefixt worden, ähm, oder beziehungsweise noch offen. Und die sind hier halt beschrieben. Da könnt ihr euch durchlesen. Tweak Rabbids. Ja, diese Mod lässt euch einstellen, wie mit den Kaninchen umzugehen. Also den Hasen, Hasenkaninchen, was weiß ich. Also den, 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 den Hobbelhasen. Ähm, zum Beispiel könnt ihr einstellen, ob ein Stein, ähm, also könnt ihr die Dauer der, der Betäubung einstellen, wenn ihr den Hasen mit dem Stein trefft. Oder dass der Hase dann sofort tot ist. Dann braucht ihr nachher diese, diese Kill-Animation nicht zu durchlaufen. Das könnt ihr alles in den Mode-Einstellungen im Hauptmenü entsprechend anpassen. Ich installiere die nicht, weil ich habe bisher noch keinen Hasen getroffen. Dann brauche ich diese Mod auch nicht. U-Mod-TLD, ja, die kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das ist eine sehr, 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 sehr alte Bot. Die gab's schon, gibt's schon Ewigkeiten. Im Prinzip hat sie halt ein paar Cheats, dass ihr halt unendlich viel tragen könnt. Dass ihr relativ, dass ihr eure Position auf der Karte halt sehr schnell ändern könnt und solche Geschichten. Ich hatte die auch mal eine Weile lang gespielt. Hat mir, muss ich ehrlich sagen, dann eine ganze Weile dann auch die Lust am Spiel genommen, weil die Herausforderung fehlte. Das war halt so ein bisschen so, der, da hat der Reiz dann gefehlt. Da habe ich dann eine ganze Weile lang pausieren müssen, um erstmal wieder die Lust am Spiel zu bekommen. Also seid da vorsichtig mit der Mod. Wenn ihr da den Reiz euch nicht kaputt machen wollt, dann lasst da lieber die Finger davon. Weapon Crosshair. Hier im Prinzip, wenn ihr mit Steinen, Bogen oder den Gewehren und natürlich auch wahrscheinlich inzwischen um Wolver zielt, gibt es im Prinzip ein Fadenkreuz, das es euch leichter macht zu zielen. Und das könnt ihr auch anscheinend noch konfigurieren in den Mode-Einstellungen im Hauptmenü. Weight Tweaks. Diese Mod ermöglicht euch im Prinzip Gewicht entsprechend anzupassen. Also generell könnt ihr unendliches Tragegewicht ein- und ausschalten. Das ist so ähnlich wie bei der U-Mod. Ihr könnt die Tragekapazität erhöhen bis zu 120 Kilogramm extra. Und ansonsten kann man aber wohl auch für Werkzeuge, Essen, Kleidung und so weiter, kann man wohl die Gewichte entsprechend in den Mode-Einstellungen im Hauptmenü anpassen. Wildlife begun. Damit könnt ihr im Prinzip das komplette Wild, was da draußen rumläuft, einfach abschalten. Naja, nicht komplett, aber es erhöht halt im Prinzip die Dauer, die es braucht, um wieder aufzutauchen. Erheblich. Macht natürlich das Überleben nochmal eine ganze Spur härter. Das wäre auch für Interloper Plus wahrscheinlich sehr interessant. Es erzeugt im Prinzip den Drang halt zu reisen dann, dass man halt weiterkommt. Wurden Statuettes. Hier steht zwar Satuettes, aber er meint Statuettes, natürlich. Ist eine Minimod, die halt im Prinzip fünf Holzstatuen einführt. Ja, und so sehen die dann aus. Also die sind halt aus Holz geschnitzt. Die kann man als aus Holz schnitzen. Wie das im Detail funktioniert, weiß ich nicht. Ihr werdet wahrscheinlich Zeder oder Tanne oder so irgendwas haben. Und dann Messer. Und dann statt zu warten, könnt ihr halt solche Figuren schnitzen und dann euch irgendwo hinstellen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Mod-Einstellungen im Hauptmenü aussehen. So, da sind wir im Hauptmenü. Und ihr seht auch hier oben, wenn ihr das Spiel gemoddet habt, dann steht hier auch Moddet da. Also das ist für euch ein ganz klarer Hinweis, dass Mods aktiv sind. Ihr seht nicht, welche Mods. Also die seht ihr nicht. Dafür ist es nicht ausgelegt. Aber wenn ihr Mod-Einstellungen habt, also wenn euch die Mods Mod-Einstellungen bieten, dann tauchen hier unten ganz unten Mod-Settings auf. Und dann könnt ihr hier oben zwischen den Mods durchschalten. Bei mir sind es jetzt nur zwei Mods, die Mod-Einstellungen haben. Also die Better Night Sky. Da gibt es dann halt zum Beispiel diese Sternschnuppen. Da kann man die Häufigkeit einstellen. Ich habe es jetzt mal auf Medium gelassen. Also ich gehe darauf hoch oder keine oder ein wenig. Das könnt ihr euch einstellen. Und dann, ob man den Himmel halt austauscht. Ja oder nein. Also da könnt ihr es im Prinzip komplett, also könnt ihr sagen, ich will den originalen Himmel, aber ich will halt, was weiß ich, viele Sternschnuppen zum Beispiel. So könnt ihr euch das dann irgendwie konfigurieren. Ich lasse es so, wie es ist. Das heißt, irgendwann gibt es auch mal Sternschnuppen. Habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Also Medium ist wohl nicht sehr häufig. Gut, aber es gibt auch nicht so häufig klare Nächte. Und so häufig sind wir auch nicht unterwegs. In klaren Nächten. Also von daher, keine Ahnung. Ja und dann haben wir noch diese Shorter Reading Intervalls Mod, die ich auch installiert habe. Die euch die Möglichkeit bietet zu sagen, ich lerne in kürzeren Intervallen. Also ich habe es auf 30 Minuten, das ist der Standard gelassen. Ihr könnt es auch auf 60 Minuten, wie das Spiel es vorgibt, ändern. Oder noch kürzere Intervalle könnt ihr auch einstellen. Und hier ist halt dieser Count Interrupt Progress ist meistens halt auf Englisch. Das heißt hier im Prinzip ist es halt der, wenn das unterbrochen wird, das Lernen durch irgendwas auch immer, ob dieser, den Fortschritt, den man schon hat, ob man den halt mitbekommt oder ob er halt verloren geht. Also das ist halt Spielstandard und damit könnt ihr es halt. Also ich habe es auf Standard gelassen. Ich lasse es auch so, wie es ist. Und ja, dementsprechend könnt ihr das auch nach eigenem Wunsch dann entsprechend konfigurieren. Und hier oben, wie schon gesagt, schaltet ihr dann einfach zwischen den ganzen Mods hin und her. Und das ist dann, ja, da könnt ihr es euch nochmal gezielt einstellen, zusätzlich. Sehr schön. Dann verlasse ich das Spiel und ja, das war es dann im Prinzip. Vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal ein Update-Video. Vielleicht, wenn es dann neue Versionen gibt, neue Mods oder was weiß ich. Dann werde ich die auch nochmal aufführen. Das Video ist wahrscheinlich jetzt wieder ultra lang. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann ja mal gucken, wo ich aufnahmetechnisch stehe. Ach du Schande, ernsthaft. Oh je, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt euch die Mods nicht gegeben. Naja, wenn doch, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao.